Ich gehe lieber an Bord der Gefängnisfähre zur Albatross-Insel, sonst fährt sie nach ohne mich los. Ich gehe jetzt auf den Weg, aber ich gehe jetzt auf den Weg. Das war's für heute. Das Albatross-Gefängnis. Allein der Name klingt schon so nach. Gefängnis. Das Albatross-Gefängnis. Allein der Name klingt schon so nach. Gefängnis. Wie gut, dass man das Thema Sicherheit hier ernst nimmt. Dann lass ich mich wohl mal selbst rein und suche Blue. 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 Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. 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 Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Hi! Oh, shit, 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 shit. Oh, shit, fuck it out of here. Damn! Damn! Hey, du! Du gehörst in den Gerichtshof, nicht in den Gefängnishof. Nicht schlecht, Mann. Kannst ja richtig gut mit die Worte. Super, ne? Wo ist eigentlich euer Basketball geblieben, Jungs? So ein paar richtig fiese Typen haben ihn uns weggenommen. Total nicht nett war das. Wenn ich euch den Ball bringe, lasst ihr mich dann rein? Kein Interesse, dir das nicht zu versprechen. Doppelte Verneinung? Das enttäuscht mich jetzt aber. Ich muss dringend los. Was? Das ist Klasse! Ah! Oh! Gut, dass die Polizei aufs Patrouille ist. Ich traf mir das gut. Oh! Ich fahrhunger. Oh! Wie konnte er nur? Vielleicht ein Sandwich? Nur eine lausige halbe Stunde Mittagspause? Unfassbar! Das war seltsam. Wie das juckt. Was war mir so sicher, dass die Fahrern aus dem Boskelkrieg hängt? Das war's für heute! Es ist gerechnet, wer? Was liegt an? Dich mache ich fertig. Das ist nicht fair. Das ist nicht fair. Ich werde ehrlich. Das ist nicht fair. Meine Mutter hat das immer kommen sehen. Ich muss ausschauen. Was? Unser Ball! Na gut, wir lassen dich rein. Das juckt. Das Essen ist grau nach dir. Ich muss wieder anständig werden. Hey, bist du Blue? Könnte schon sein, Kleiner. Ich bin Chase. Man sagt, du wüschtest was über Rex Fury. Rex Fury? Der schuldet mir was. Weil du sein Fluchthelfer warst? Wie kommst du denn darauf? Rex war mein bester Kunde, bis er verschwand. Schuldet mir noch Kohle für ein Whirlpool. Weißt du, wie schwer es ist, so ein Ding hier reinzuschmuggeln? Hm, da fällt mir ein. Vorsicht mit Heywoods neuem Wagen, ha? Na, geht klar, Blue. Wie ist Rex denn ausgebrochen? Das fragt sich hier jeder, aber keiner darf in seine Zelle, um sich umzuschauen. Nicht mal die Polizei. Da ist doch was faul. Nun, wir wollen beide, dass Rex hier wieder auftaucht. Ich hätte da eine Idee. Besorg mir ein paar Sachen aus dem Schrank in meiner Zelle. Ich rufe dich dann an. Hier, Red. Äh, das ist ein Croissant. Man erlaubt uns hier drin keine Handys. Das Handy ist da drin. Gib deine Nummer ein. Oh. Hier. Ich hoffe, dein Plan funktioniert, Blue. Äh, Freeman, mir ist übel. Nein, nein, ich bin nicht Freeman. Seine Anwälte sehen das vielleicht. Was ist denn los, Heywood? Gefällt dir dein neuer Wagen nicht? Wagen? Äh, äh. Äh. Was machst du schon wieder hier? Du solltest doch in den Zellenblock. Ich sollte eine Katze für Sie besorgen.